Nee, ich weigere mich. Dann kannst du das Scheißvieh wieder haben. Wo ist das Schwarze? Ja, gleich. Wir gehen hier, so. Lass mich durch. Ich will zurück. Ich will mal das Pferd wieder. Nee? Wo ist mein Schwarzer? Ja, verpiss dich. Ich will nichts von dir. Digga, ich... Nee, das bist du nicht. Wo ist das Schwarze? Hey, wo ist das Schwarze? Hey, wo ist mein Schwarzes... Ach, das ist doch Scheiße. Weißt du, wir können bei denen mal eine Bürste kaufen. Den kann ich jetzt striegeln, oder was? Ja, mach mal sauber. Das ist doch Bullshit. Wo ist das Schwarze hin? Mann, ich will doch nicht so... Was ist denn das? Das ist doch ein Pony. Als ob ich ein Shirehorse verkaufen würde. Kennst du mich aber falsch, Bruder? Was ist das? Ja, das ist doch... Was ist das? Ja, das ist doch... für ein verdammt Jahr. Ich habe ihn mit ihm viele Mal gesprochen. Er weiß, er hat er falsch gemacht. Er hat nur versucht, es zu stellen, hinter ihm. Ich bin sicher, er macht. Er ist ein Problem. Er ist eine Sache, aber es ist ein Code. Er weiß das. Er ist nicht Trelawney. Du hast ihn, dich und dich hat ihn ziemlich verletzt. Ich weiß. Aber es ist fertig. Es ist schon seit einem Zeitpunkt. Wenn wir den Büro beobachtet. Von der Krähe. Sie töten das. Ich hole mir das Pferd wieder zurück, trust me. Geht ja gar nicht. Ja, ich erinnere mich diesen Ort. Moonstone Pond. Wir gehen die richtige Richtung. Scheihehl ist verkauft. Wir können das Pferd sinken mit der Seite. Habe ich abgedrückt und drücke dann er. Genau. Pferd. Da. Ich sollte wirklich zurückgehen, nach dem Great Plains, sehen Sie über Sean. Es sind Bounty Hunters, die ihn haben? So Trelawney sagt. Javier und Charles haben mit ihm geschenkt, um es herauszufinden. Es ist sehr gefährlich, zu gehen, woanders nach Blackwater. Ja, aber wenn er alive ist, müssen wir versuchen. Natürlich. Schau mal da. Räbis. Ja, gein Hasen. Okay. Können wir mit dem Pferd rüberrennen? Das ist auch platt, der arme Hase. Nee, das ist nix. Müssen wir sneaky, sneaky vorgehen. Brauchen wir jetzt, wenn wir da jetzt anlaufen, dann sind die gleich weg. Ach, unten ist er schon. Nehmen wir auf den High Ground. Sehen wir sie besser. Hebe den Hasen auf. Okay. Bärenköder. Armes Hase. Herr Müller, irgendwas mit Hase nicht. Hosey. Eselhase. Oh, was ist Eselhase? Getötet ein. Gesamtwort 25. Eselhasen sind in sämtlichen Staaten zu finden. Als Pflanzenwürde bestellere Nahrung aus Stauten, Knospen, Zweigen, Baumrinden und Feldfrüchten, weshalb sie auch als Schädlinge betrachtet werden. Ein Warmentgewehr ist ideal Waffe für die Jagd auf Hasen. Das Feld der Hasen kann zur Herrschung von Gegenständen verwendet werden und ihr Kleinwildfleisch eignet sich zum Kochen. Okay. 250.000 Mal Escape-Trigger. Dankeschön. Drücke R, Objektrad. Lagerfeuer, dachte ich mir. Habe ich doch. So, drücke ich an den Crafty Million zu sehen. Okay. Kleinwildfleisch. Wäre Rezept aus. Arzneien, Munition, Waffen, Jagd, Pferdepflege. Okay. Nur zu Ende, um den Hasen schneller zu kochen. Wieso? Guck mal schon. So, alles okay. Essen. Willst du etwas mit dem? Nein, ich bin gut. Ich mag nicht, dass ich so zu früh essen. Okay. Wenn sie alles da sind. Noch mal kochen. Vielleicht können wir irgendwas Medium Rare machen, ob wir es im Wildhaar sind, weiß ich nicht. Noch mal kochen. Und dann nehmen wir uns das für später auf. Wir haben ja fünf Stück immerhin. Von daher passt es ja. Ist es wunderbar. Lagern. Noch mal kochen. D-A plus 1. Cool. Ich würde gerne die Kamera drehen, aber es geht leider nicht. So, lagern. Wie noch mal kochen. Haben wir so viel Hasenfleisch? Gut, da kommt schon was rum, aber... Es ist ja nur Fragen, ja? Ich meine ja nur. Zurück. Da ist nicht genügend Zutaten. Koche mehr oder verlasse das Menü. Und im Fall... Verlassen. Wir müssen schlafen. Okay. Drücke eben auszuwählen, wie lange du schlafen möchtest. Morgens sieben Stunden. Ja, gut. Zurück. Ja, schön kochen, schlafen. Ja, wir können nicht auswählen. Er wollte echt so einfach ein freier Schlafen. Ja, gut, okay. Müsst ihr ja wissen. Fluffy. Fluffy. Schlafen, Arthur. Du bereit? No, gimme a minute. Coffee? Sure. Da geht's. So, was ist dein Plan? Okay. Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish. Berries. Tie it up in that Wenn du fertig bist. Ich hoffe, dass du weißt, was du sprachst. Ich bin in den Mauten, Arthur. Ich war auf Bärmeat. Das hat das zusammengemacht. Es ist nicht zu hart. Ja, er mixt ja schon von mir aus. So, Crafting Mini. Ich wähle das Rezept aus. Das da. Okay. Ich denke, ich habe das fertig. Gut. Pack auf und wir gehen. Okay. Pack auf, Arthur. Und wir gehen nach ihm. Ich habe eine große, äh... F gehen. Äh, Escape gedrückt. Ich habe keinen Fehler gemacht. Hä? Okay. Jo, leg. On point. Ich bin mit einem feinen Bogeleger. So far so good. Nä. Ich bin in diesem Bereich mit Bessie. Vor Jahren. Wirklich? Ich wusste das nicht. Ich denke, dass du sie noch nicht erinnert hast. Every Tag. Ich bin mit einem Tag. Du hast dich auch immer gedacht, dass du rauskriegst? Wir haben kurz gemacht. Du nicht erinnerst? Ich glaube, du war noch jung. Es gab nicht lange. Ich erinnert mich zurück. Sie erinnert sich. Sie wusste, was ich war. Ich erinnert mich nicht, dass du da bist für ein paar Jahre altes Mal. Ja, aber... Dinge war dann besser. Die Wahrheit ist... Es gibt niemals wirklich einen rauskrieg. Und zu bleiben... Es ist schwer. Du kennst das. Aber Bessie und ich haben es funktioniert. Warum? Du denkst, dass du rauskriegst? Me? Nein. Natürlich nicht. Ich wollte die Pferde ganz schnellen gehen. So, ich wollte die Pferde ganz schnellen gehen. Ich weiß den Jagdgebieten von legendären Tieren betreten. Folge den Spuren, um das Tier aufzuspannen. Du kannst legendäre Tier überall auf der Welt finden. Ah, mit mittlerer Maustaste. Untersuchen. Das ist ein Pfotenabdrücker, ne? Folge der Spur. Legendärer Bär, okay. Da lang. Na gut, okay. Wo er jetzt dann gegangen ist, sieht man da halber, ne? Bisschen was blattgetrampelt. Ist halt normal so ein Teddy. Aber mit Pfeil und Bogen in den Kopf rein, dann war es das eigentlich mit dem. Nächsten Hinweis zu finden. Okay. Ganz interessant. Ach da. Da hat er Kaka-Pupu gemacht. Ah. Ah. So, und dann jetzt Kuh. Dann kommt eine ganze Folge. Weil die haben ja auch ihre gewissen Standardwege, ne? Das ist denen auch nicht blöd. Die Tiere. Im Gegenteil. Da vorne ist eine Höhle und da wird er drin sein. Korre dich. Da vorne. Ja, da wo er geschissen haben, wie es aussieht. Ja, Bernd. Ja, da vorne links. Hier lang. Na, jetzt mach doch. Okay. Das ist eine dumme Idee. Körer benutzen. Weil die jetzt herzukommen ist, die Hufzeit ist stumm. Wirklich dumm. Weil wenn der nicht wiederkommt, äh, wir alleine sind uns überrascht. Dann kann das andere noch helfen. So, Köder. Das weiß ich mir. Das macht keiner. Er riecht uns doch. Warte auf den Bären. Okay. Ich habe nur einen Revolver, aber es reicht ja. Ich weiß, aber wir müssen das richtig machen. Irgendwas passiert jetzt. Oh, Mann. Oh, fuck. Boah, Bruder, wo bist denn du? Eieiei. Ich habe mir voll ins Gesicht geschaut, so. Oh, Mann. Was ist das? Es ist ein Schiff. Ein Mann in einer Bar hat es mir gegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Er hat gesagt, es hat ihm gesagt, wo er zu finden, ein paar große Tiere zu finden. Danke. Es ist ein Vergnügen. Du hast mein Leben geschaut, Arthur. Ich denke, ich gehe zurück zum Kampen, um meine Wände zu erlösen. Kommt ihr? Ja, wir verfolgen den jetzt. Wir bleiben. Ich werde hier einen Moment bleiben. Ich werde dich zurück im Kampen sehen. Ja! Falsche, wenn wir das Vieh transportieren, weil mit dem Pferd geht es nicht. Dann brechen wir das Kreuz. Wann die 500 Kilo... Sammeln und untersuchen? Ja, genau. Könnt ihr mal. So. Äh... Hm. Ich bin eigentlich für Pfeil im Bogen. Und untersuchen. Wo? Halt zurück. Zurück. Hallo. Du kannst wilde Möhren essen oder dein Pferd damit füttern, um die Gesunde wieder herzustellen. Okay. Aha. Ja, es ist noch eine Weise. Ist gut für eine Gesunde, du kannst sie essen. Jaja. Fällst du Pferde zugeherzustellen? Okay. Da drüben ist er... Wir verfolgen den jetzt halt. Schneisenbahn, okay. Okay. Wo bist du? Das würde jetzt echt noch interessant. Ich speichere mal kurz zwischen, bitte. Na, also ich glaube, das ist ganz okay. Okay. Das ist mein Zwischenspeicher. Das kann man so vertreten, ne? Er sagt es ja nur. Ja, hallo. Lauf. Ja, ich werde mir Pfeil im Bogen erlegen. Ah, da oben ist die Eisenbahn. Okay. Gut, ich stelle jetzt auch nicht mehr. Da weiß er, was ab geht. Mhm, 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 mhm. Weiter da lang. Der würde 100 pro irgendwo eine Höhle haben. Wer ist mit dem mitgehen? Weiß nicht. Ich suche Tiere mit dem Ferngleis, in dem du Kuh gedrückt hältst. Lass es. Lass es. Lass es. Oh, Mann. Junge. Kuh gedrückt hältst. Ja, super. Funktioniert ja bestens. Wow. Fuck, ist immer tot. Hihihihi. Ja, das weiß ich auch. Danke. Ich muss mir doch sagen, dass, dass uns der Bär die Birne abknuscht hat. Hm. Hm. Wir haben hier am Ende der Galaxie, du. Da unten ist es immer lang gange. Ja. So, drüben müsste das sein. Okay. Okay. Mir fällt eine Burg über das glaube ich echt nichts mehr raus. Fettes. Komm Pferdchen. Ja. Und. Äh. So, das kriegste wieder und das nehme ich mal mit, mein Kind. Und. Bleib doch hier bitte. Ist dir so nämlich abgeb erreichen weil das so geht. Ist es nun damit abgebrochen oder so. Kann man Pferd nennen? Du bleibst jetzt hier. So. Bitte. Du bist jetzt überhaupt nicht mal. Ich geh für den Barbe nicht weg. кол- himmel, hacker und blödes. Was soll man denn da hinterher rein? Das ist nett von dem Pferd. Ich glaube der Bär ist hier in Emme, ne? Nö, der ist abgehauen wahrscheinlich. Das ist so ein Shit. Ich will den Bär aber jagen. Okay, dann lad mal kurz. Ich spiele, wie er so arschig ist. Ach, ist doch ärgerlich. Wohin kann man dann... Wenn das nicht da gespeichert hat, wovon man gespeichert hat, dann heule. Ganz ehrlich, das ist doch ein alter Vier dann. Ich mach schon mal das SSD drehen, muss schneller gehen. Bitte, danke. Hä? Ach Pferde, jetzt komm schon. So, dankeschön. Oh, das rennt der Erde halt hinterher, was fresse ich mir. Ah, scheißegal. Mann, bist du blöd, gaule. Es, 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 es. Es hat er aufgegeben, sehr schön. Finde ich es aber doof, dass er einen Zwill gespeichert hat ordentlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich kann mal vergessen jetzt mit dem Bären. Das ist doch scheiße. Ich hab grad richtig? Ne, ich bin völlig falsch. Wo darf ich denn hin? Ach, Spiel. Echt. Meine Fresse. Was ist denn Scheiß jetzt? Steck mal die Knarre weg. Komm, du bist so unhöflich. Da links müssen wir rein. Undi, du bist der Nächste. Ich sag's nicht. Das sind doch Fragen, ja? Fährst du jetzt auf damit? Was denn? Ja, dann, äh, äh. Das Pferd nervt. Ist das ja nur Fragen, ja? Was haben wir da für Blümchen? Was haben wir das ist? Toilettes... Schneeglöckchen. Boah, Gaul! So, und jetzt steige ich wieder ab von dir. Und dann lässt du mir jetzt mal Ruhe. Danke. Haben wir uns jetzt verstanden? Ich finde ja die Speicherlogik manchmal null für den Game. Dass man einfach kurz frischladen kann. Fängst regnen. Fängst regnen. Genau. Genau. Okay. Upsa. Ist mal gerutscht. Gut. Ach, bestimmt hier safe seine Höhle. Der Teddy. Na, ist denn? Nur fragen. Das ist ja scheiße, was der weg ist. War mal angeblich die Karte. Wir haben einen Sonnenhafen Müll hier. Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem Scheiß. Broschüre, Feuerpfeile, Wurfmesser, Zutaten, Materialien, Rezeptbroschüre, Zigarettenbilder, Briefe, Zigarettenbilder, Notizen, Zeitung, Landkarte. Nein.